Vielleicht gucken wir uns einmal an, wie momentan die Stimmung im Land ist. Entschuldigung. Im aktuellen Politbarometer kommen alle Ampelparteien zusammen auf 31 Prozent. So viel wie allein CDU, CSU. Die AfD ist mit 22 Prozent zweitstärkste Kraft im Land. Mit großem Abstand vor SPD und Grünen. Die FDP würde mit 4 Prozent nicht in den Bundestag kommen. Nun gibt es nicht nur das Migrationsproblem. Aber wenn es so ist, wie Sie sagen, dass Sie schon ganz viel gemacht haben, dann müssen all diese Dinge bisher wenig gewirkt haben. Denn es gibt noch ganz viel zu tun, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Also zum einen haben wir in den letzten Monaten sehr viel verändert. Ich habe gerade die Grenzkontrollen angesprochen. Ich habe angesprochen, dass wir ein Sonderbevollmächtig für Migrationsabkommen haben. Mit Herrn Stamp auch erstmalig in der Regierung gab es früher auch nicht. Wir haben mit ganz vielen Ländern schon verhandelt. Ich habe kurz vor Weihnachten mit Georgien ein Migrationsabkommen unterzeichnet. Sie haben das nicht zu spät. Ich fasse zusammen. Sie sagen, Sie haben nichts zu spät gemacht. Nein, weil wir aus dieser Situation kamen, auch mit den Ukrainern in einem Jahr, wo wir sehr beschäftigt damit waren, das zu regeln, auch nach anderen Rechtsregeln. Ich habe dafür gesorgt in den letzten Monaten, dass wir eine Einigung in Europa erreichen mit einem aktiven Handeln. Das fällt ja nicht vom Baum. Sondern es hat mich sehr viel Kraft gekostet, mit anderen Staaten in Europa darüber zu verhandeln. Ich bin sehr froh, dass ich das kurz vor Weihnachten, wenn ich das noch sagen darf, dann auch mit dem Parlament im Trilogverfahren, dass wir das einen konnten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und ja, wir mussten auch in der Koalition Einigungen über diese Themen herbeiführen. Herr Lindner hat aber recht. Wir haben jetzt ein großes Paket mit heute, mit dem Abschiebungspaket, auf den Weg gebracht. Und die Zahlen haben sich übrigens schon verändert. Wir haben einen Drittel Rückgang bei den irrogeleeren Zugängen. Und alle Ministerpräsidenten, die von Ihnen kommen, die angrenzen, bestätigen das auch. Wäre Eva Quadbeck, wäre die AfD in den Umfragen nicht da, wo sie heute ist, wenn die Ampel dieses Problem Migration früher angegangen wäre? Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich zu spät angegangen worden. Die Zahlen, die haben sich aufgebaut seit dem ersten Quartal 2023. Und da ist nicht schnell genug reagiert worden. Aber es ist ja tatsächlich nicht nur das Migrationsproblem. Die Ampel hat bei vielen Themen den Eindruck hinterlassen, dass sie nicht in der Lage ist, die großen Herausforderungen dieser Zeit tatsächlich zu lösen. Und da ist Vertrauen bei den Leuten verloren gegangen. Man kann das Stichwort Heizungsgesetz noch mal sagen. Auch der Umgang jetzt mit dem Verfassungsgerichtsurteil, das ist alles immer sehr chaotisch abgelaufen. Und genau immer wieder passiert es, dass sich dann die führenden Ampelleute hinstellen und sagen, wir haben jetzt eine Lösung und im realen Leben ändert sich nicht genug. Was aber auch ein Problem ist. Es ist nicht nur die Ampel. Das ist auch ein Problem, dass Kommunen, Länder, der Bund, das alle immer mit dem Finger auf die anderen zeigen und in sehr schrillem Ton meinen, dass dann eben die Kritik üben. Und auch berechtigte Kritik wird sehr oft überzogen, wird auch in der Tonialität überzogen. Und wir haben gerade die Balken gesehen. Und wenn die Union so einen richtig guten Job machen würde, dann stünden die nicht bei 30, sondern bei 40 Prozent. Also erst mal, nur mal die Bürgermeister. Ich möchte ganz schnell, Herr Spahn, Sie sind einverstanden, wenn wir erst mal noch einen Gast vorstellen. Ja, klar. Das gehört sich nicht nur so. Das ist ein Gebot der Fairness. Herr Kasim ist bei uns, geschätzter Kollege von ehemals dem Spiegel, lebt jetzt als freier Autor in Wien. Herr Kasim, Sie haben natürlich, wie wir alle verfolgt, welche Recherchen es von einem Magazin gegeben hat, nämlich Korrektiv, Rechtsextremisten und eben auch maßgebliche Politiker der AfD. Denen geht es offensichtlich nicht darum, Migration in irgendeiner Art und Weise zu ordnen oder zu begrenzen. Die wollen völkische Reinheit. Für Sie ist das eine neue Erkenntnis oder eigentlich nicht? Absolut nicht. Das ist erwartbar gewesen. Mich wundert, dass Leute überhaupt überrascht sind deswegen. Also ich finde das Problem, weil die Frage ja auch auftauchte, hat die Koalition zu spät reagiert. Mein Eindruck als Sohn von Einwanderern, meine Eltern kommen aus Pakistan, Indien. Ich bin in Deutschland geboren, in Oldenburg, bin im alten Land groß geworden, in einem Dorf namens Holland-Tvielenfleet. Holland-Tvielen. Herzliche Grüße dorthin. Genau, herzliche Grüße dorthin. Mein Eindruck ist, dass eigentlich seit Jahrzehnten keine vernünftige Migrationspolitik gemacht wird. Entweder macht man viel zu wenig, dann kommen Leute, dann passieren natürlich auch Dinge, die schlecht sind. Und dann wird überreagiert. Ich habe das wahrgenommen in den 90er Jahren, brennende Flüchtlingsheime, Menschen werden gejagt, umgebracht und so weiter. Dann wird plötzlich, kommt das Dublin-Abkommen und man macht wieder mit dem Vorschlaghammer. Dann passiert wieder Ewigkeiten nichts. Und das kann man nachverfolgen bis heute. 2015 kommen wahnsinnig viele Leute. Grundsätzlich ja toll, dass wir ein offenes Land sind, aber ich habe das selber verfolgt als Reporter. Da kommen Menschen, da sind wirklich viele Menschen gekommen, sind in Schweiz, Österreich, überall einfach durchgeleitet worden, kamen in Deutschland an und verflüchtigten. Kein Mensch hat das registriert. Das kann es ja nicht sein. Und das führt dann wieder zu einer Situation wie jetzt, wo man dann bis hin zu Deportation, Remigration solche Wörter benutzt. Also das ist immer so ein Meandern zwischen dem einen oder anderen, anstatt dass man kontinuierlich eine vernünftige Politik macht und sagt, ja, wir müssen Regeln schaffen, nach den Menschen herkommen. Und auch nicht immer so tun, also auch die Tonalität ist ja so nach dem Motto, wie kriegen wir die alle los. Also ich habe ja immer das Gefühl, eigentlich bin ich hier eine Belastung und muss weggehen. Und wenn überhaupt sie kommen, sollen sie kommen, um zu arbeiten. Ja, grundsätzlich natürlich, klar, wir brauchen qualifizierte Leute. Wenn dann aber wieder eine Situation entsteht, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt am Arbeitsmarkt, dann liegen die uns alle auf der Tasche und man müsste die wieder loswerden. Das ist halt immer das eine oder das andere Extrem, anstatt damit vernünftig umzugehen. Und dieses, was jetzt da bei diesem Treffen passiert ist, das ist etwas, da gibt es natürlich einen Kreis von Menschen in Deutschland. Ich hoffe, ein kleiner Kreis, aber der denkt so, für den sind Menschen wie ich niemals Teil dieser Gesellschaft. Da kann ich tun, was ich möchte. Ich kann mich anstrengen, ich kann mich integrieren, ich kann arbeiten. Ich werde nie Teil dieser Gesellschaft sein, weil ich eben nicht volksdeutsch bin. Das ist so dieses Denken. Das ist in der Tat gefährlich und bedenklich. Welche Unzufriedenen holt man mit einer besseren Migrationspolitik? Wir werden versuchen zu sagen, ob es die gibt und worin das bestünde. Welche dieser Menschen holt man zurück und welche nicht? Man holt schon sehr viele Menschen zurück, wenn man erstens mal die Sorgen und Nöte ernst nimmt. Darüber hat man sich oft lustig gemacht. Ich gebe es so auch ich manchmal. Aber grundsätzlich, ich bin sehr viel durch Deutschland gereist im vergangenen Jahr, 2023. Ich war beispielsweise in einem Ort namens Upal, in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Einen Bürgermeister hatten wir hier. Und das ist ein Dorf, also in diesem Teil, das ist eine Gemeinde und in diesem Ortsteil Upal leben 500 Menschen. Da soll eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden für 400 Leute. Da fragt man sich, wer genau hat diese Idee? Das kann nicht gut gehen. Und dann kommt noch hinzu, ich war dort, als dann Proteste waren, die Menschen erzählten mir, sie würden ja helfen wollen. Sie sind auch bereit, Menschen aufzunehmen, wenn es 30 sind oder 100. Aber 400 ist arg viel und vor allen Dingen sind sie nicht gefragt worden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Menschen mit an ein Wort holt, dass man sie fragt, dass man sie beteiligt. Und nicht einfach, der Bund gibt den Ländern, die Länder gucken, in welchen Kommunen haben wir möglichst wenig Ärger, wo ist noch Platz. Und dann wird das einfach sozusagen von oben befohlen. Und die Menschen stehen da und müssen damit fertig werden. Interessant, weil auch Sie sind im Grunde vom Ignorieren dieser Leute, die da protestieren, hin zum, man muss mit denen diskutieren. Sie sind eben, also auch Sie haben eine Reise gemacht, wollte ich sagen, nicht nur eine journalistische und viele davon. Sondern Sie haben eigentlich gesagt, dass man mit den Wählern der AfD besser nicht sprechen sollte, um heute zu sagen, na klar muss man mit denen diskutieren. Ja, also das ist natürlich die Erkenntnis daraus, ich habe viele Jahre in der Türkei gelebt, da kann man auch nicht sagen, alle Türken sind Erdogan-Wähler. Ich bin viel in Afghanistan als Reporter gewesen, das sind nicht alles Taliban-Einhänger. Ja, wenn wir jetzt mittlerweile Orte haben, gerade im Osten, wo 40, 45 Prozent AfD wählen, dann kann man die nicht ignorieren. Und da muss man hinhören, was die eigentlich für Gründe haben. Da gibt es wieder den Teil, der denkt, es gibt die weiße Rasse, die über den einen anderen steht. Es gibt Leute, die Ängste haben, die ich für unbegründet halte, gerade in Landstrichen, wo ja kaum Ausländer leben. Und dann trotzdem sind die dagegen. Also da muss man dann auch schon klar machen, Leute, so geht das nicht. Wir wollen hier nicht so orbanische Verhältnisse, das ist nicht so, wie wir uns eine offene, tolerante Gesellschaft vorstellen. Aber es gibt natürlich viele Leute wie die genannten aus Upal und da gibt es viele andere Orte auch, die schlicht und ergreifend sich nicht gehört fühlen und die eben auch sehen, dass es Probleme natürlich auch gibt. Migration bedeutet immer auch natürlich auch Probleme, die muss man benennen. Aber das muss man eben differenziert tun und sagen, das und das sind die Probleme und nicht so tun, als wären alle Ausländer furchtbar. Und das hat mit der Sprache zu tun. Und da stelle ich eben fest, bei diesem Treffen dort, aber leider auch Politiker, die regieren oder in der Opposition sind. Ihr Parteichef zum Beispiel, der dann von kleinen Paschers spricht, mal, das ist eine Sprache, die ist nicht gut, weil das so pauschal ist. Oder, dass die ständig alle beim Zahnarzt hocken und sich die Zähne richten lassen. Wenn man so etwas sagt, dann verunglimpft man all die Menschen, die hier leben und eigentlich friedlich hier leben und auch gerne Teil dieses Landes sind. Sie müssen jetzt, Herr Spahn. Das Problem ist nur, wir haben jetzt in zehn Minuten schon wieder fünf verschiedene Themen gemacht. Vielleicht können wir nochmal zu der Grundsatzfrage umfragen. Wir kommen zu der grundsätzlichen Frage. Wenn 20 Prozent sagen, sie können sich vorstellen, die AfD zu wählen, dann hat jeder im Bekanntenkreis, in ihrer Redaktion, jeder kennt Leute, das kann gar nicht anders sein, bei 20 Prozent, die sich vorstellen können, diese Partei zu wählen. Die sind offenkundig nicht alle rechtsradikal. Ich würde sogar vermuten, die Mehrheit von denen ist nicht rechtsradikal und will auch keinen rechtsradikalen Umsturz im Land oder eine andere Republik. Die wollen eine andere Politik. Und deswegen, Herr Kasim, reicht auch nicht zuhören. Es geht nicht nur um zuhören, das ist der eine Teil. Und auch Diskussionsräume übrigens weiten. Dieses Gefühl, man könne bestimmte Themen nicht mehr diskutieren, hat sich sehr stark verbreitet. Das hat übrigens schon während der Großen Koalition begonnen, muss man jetzt auch mal sagen, aber es ist noch stärker geworden. Aber die wollen auch eine andere Politik. Eine große Mehrheit im Land will beim Thema Migration, Integration, aber auch bei einer Frage wie Bürgergeld. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Erhöhung einer Sozialleistung ein so breites Ungerechtigkeitsempfinden und auch Wut ausgelöst hat. Heizungsgesetz, die wollen nicht nur gehört werden, die wollen eine andere Politik. Und das ist dann auch der Grund für dieses große Nicht-mehr-Vertrauen. 80 Prozent der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht in der Krise. Platz 20 von 20, Frau Felser, der Innenministerin, vertrauen Sie am wenigsten in einer Migrations- Das ist eine Bild-Zeitungs-Umfrage, Herr Spahn. Ja, aber ich würde mir eher Gedanken machen, woher... Also mich ärgert immer, dass wir dieses Warum nicht diskutieren. Warum 20 Prozent? Und ich stelle mir die Frage, aber ich würde mir wünschen, ich habe ja heute die Debatte im Bundestag wieder erlebt, diese Bundesregierung würde sich mal die Frage stellen, warum haben so viele Menschen Vertrauen in uns verloren? Und da sind wir wieder beim Thema Migration. Es wird angekündigt, Abschieben im großen Stil. Es wird angekündigt, historischer Kompromiss. Das ist die Wortwahl, die gebraucht wird. Und dann kommt heute ein Gesetz, das weniger als 600 Abschiebungen im Jahr mehr bedeutet, weniger als pro Tag nach Deutschland reinkommen. Und dann sagen die Leute natürlich irgendwann, das steht in Ihrem Gesetzentwurf, Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben, in der Begründung 600 Abschiebungen mehr im Jahr. Und dann sagen die Leute natürlich zu Recht, da wird mir angekündigt, da passiert was, da passiert nichts. Und meine Sorge ist, auch für uns übrigens, wenn wir mal wieder regieren sollten, wenn wir diesen Unterschied nicht bald machen, in diesen Themenfeldern, durch konkrete Entscheidungen, nicht durch Pressekonferenzen und in Europa und Brüssel und hier was feiern, durch Entscheidungen im Alltag was verändern, dann ist das der letzte Schuss der demokratischen Mitte. Aber das ist ja so interessant, dass Sie sagen, der letzte Schuss der demokratischen Mitte, das ist auch ein großes Wort. Wenn Sie sagen, diese Migrationspolitik müsste jetzt, das Problem müsste jetzt nur gelöst werden, wie würden Sie es denn lösen? Sie wissen selbst, dass die Anerkennungsquote oder die berühmte Schutzquote bei wenigstens der Hälfte liegt. Können Sie den Menschen denn versprechen, dass es eine nennenswert einfache Lösung gäbe? Eine einfache gibt es natürlich nicht. Nein, sowieso nicht. Das hat auch niemand behauptet, dass es eine einfache Lösung gäbe, außer vielleicht tatsächlich die Regierung in ihren Ankündigen. Übrigens auch der Kompromiss in Brüssel, der bis heute nicht richtig verschriftlicht ist, also keiner weiß genau, was da eigentlich vereinbart worden ist, wird am Ende das Problem nicht lösen. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht geht es nur an der Grenze, an der EU-Außengrenze. Und wenn es da nicht gelingt, an unserer Grenze auch stärkeres Zurückweisen. Durch Abschieben werden wir das am Ende sowieso nicht lösen. Wir sind im Moment ein Einreiseland. Man reist ein, man bleibt und hat ab Tag eins soziale Ansprüche, als wäre man schon immer hier gewesen. Das geht nicht mehr sehr, sehr lange gut, auch nicht in der Akzeptanz. Die wollen nicht nur gehört werden, die wollen eine andere Politik. Und deswegen muss aus unserer Sicht Drittstaatenlösung, die sogenannte, jeder, der neu in die EU einreist, in einen sicheren Drittstaat, mit dem wir eine Vereinbarung haben, gebracht werden, dort das Verfahren, dort auch die Schutzgewährung, das ist der entscheidende Teil, im Falle eines positiven Bescheides. Wenn Sie das konsequent ein paar Wochen lang machen, dann ist die Botschaft weg. Und die ist hart, die ist schwierig, aber die muss sein. Und dann reden wir über Ruanda und Gabun. Die Botschaft ist, wir müssen weg von der Botschaft, wenn ich es irgendwie nach Europa schaffe, bleibe ich zu 99 Prozent und habe Anspruch auf Sozialleistungen. Das ist in noch keinem Land geschaffen worden, Herr Spahn, das wissen Sie auch. Diese Asylzentren zu schaffen, also diese sogenannten Drittstaaten, in denen dann die Asylverfahren stattfinden sollen, das ist bisher in noch keinem Land geschaffen worden. Das ist ja auch nicht ernsthaft verhandelt worden bis jetzt. Es ist natürlich, es ist mit Ruanda versucht worden. Nein, die Bundesregierung hat es nicht mit Ruanda versucht. Die Briten haben es probiert, die Dänen haben es probiert. Die Briten haben es probiert. Und da sprachen Gesetze immer dagegen, Richter immer dagegen und haben es nicht genehmigt. Frau Illner, wichtig, UK, Großbritannien, Vereinigtes Königreich, das Gericht hat nicht gesagt, das geht nicht. Das Gericht hat gesagt, so wie ihr es gemacht habt, und deswegen ändert die britische Regierung ja gerade auch die Gesetze und die Regeln. Leider macht die aktuelle Kompromiss, der in Brüssel gefunden worden ist, Drittstaatenlösung eher schwieriger als leichter. Also man muss dann europäisches Recht tatsächlich verändern. Es gäbe auch die Partner für die Ostgrenze, kann man sicherlich mit Georgien reden. Italien versucht es mit Albanien. Aber noch funktioniert es in keinem dieser Länder, das jetzt als Lösung darstellt. Bis jetzt hat aber niemand ernsthaft darüber wirklich verhandelt. Rücknahmeabkommen hatten wir übrigens, ein gut funktionierendes, das hat die Zahlen auch sehr deutlich runtergebracht, mit der Türkei. Mit der Türkei. Und da ist nun wiederum interessant, Frau Feser, bleiben wir einmal konkret bei diesem Punkt. Denn die Migrationsforscher, die wir hier in der Sendung haben, haben alle gesagt, wenn es gelänge, die Asylverfahren außerhalb Europas stattfinden zu lassen und dieses Ruanda-Modell nicht nur zu erwägen und in einzelnen Ländern scheitern zu sehen, sondern sogenannte Drittländer zu gewinnen, in denen dieses Verfahren stattfinden kann, außerhalb Europas, dann wäre das eine Lösung. Der Herr Knaus macht darauf aufmerksam, dass man dafür eben dann vermeiden müsste, dass Ruanda das auch durchführt im eigenen Land, sondern beispielsweise das UNHCR. Also wenn man organisieren würde, dass eine andere Institution diese Verfahren betreut, dann könnte das ein möglicher Weg sein. Nehmen wir jetzt mal einmal diese Kiepe von Herrn Spahn und sagen, wo sind Ihre Bemühungen bei etwas, was tatsächlich nennenswert erst mal Menschen von den Küsten Europas weghielte, was viele Boote nicht untergehen ließe, Menschen nicht ertrinken ließe, zu sagen, da verhandeln wir jetzt und schauen mal, welche Länder links und rechts von uns wir finden. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es verschiedene Aspekte geben muss. Es gibt nicht die eine Lösung, das hat Herr Spahn eben auch gesagt. Und wir arbeiten an vielen gleichzeitig. Einmal an den Migrationsabkommen, die ich genannt habe, weil auch das ist ja, wenn wir Migrationsabkommen mit anderen Ländern auf Augenhöhe schließen, auch da geht es ja darum, legale Wege zu ermöglichen. Wir suchen quasi nach zehnmal Türkei-Abkommen. Genau, aber die Eroge lernen zurücknehmen. Wir müssen eine Erneuerung des Türkei-Abkommens brauchen wir dringend. Die Türkei hat viel für die EU erfüllt, indem sie Syrer und Afghanen aufgenommen und untergebracht hat. Es gibt auch die Möglichkeit, rechtlich zu prüfen, ob das mit Drittstaaten geht. Ich verschließe mich da gar nicht. Wir sind jetzt in den Prozess eingestiegen, zu prüfen, was braucht es dafür rechtlich. Wir wissen alle, dass man die Europäische Menschenrechtskonvention einhalten muss, humanitäre Standards gehalten werden müssen. Dann kann man das sehen. Aber für mich ist das etwas, Herr Spahn hat vorhin darauf hingewiesen, wir dürfen nichts versprechen, wo wir am Ende dann die Menschen noch mehr enttäuschen. Deswegen ist für mich auch wichtig, dass wir dauerhafte Lösungen finden. Deswegen ist der Europäische Asylkompromiss ein so entscheidender, Sie haben das jetzt gerade vermengt und gesagt, wir würden von historisch reden, bei dem, was wir heute verabschiedet haben. Das tun wir gar nicht. Das ist ein Baustein. Die Kanzler hat von einem historischen Ministerpräsidenten beschlossen. Es gab aber mehrere Beschlüsse. Das, was Sie auf mich ja angesprochen haben, ist der Europäische Asylkompromiss. Ich will jetzt nur einmal den Gedanken kurz ausführen, weil ich sicher bin, dass wir etwas brauchen, gemeinsam um Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen, was auch in fünf Jahren dann trägt. Da gebe ich Herrn Kasim recht. Wir können nicht von 2015, 16, wo vieles nicht funktioniert hat, jetzt in letztes Jahr laufen, wo wir wieder dann suchen nach Lösungen, sondern wir brauchen was Dauerhaftes. Und das ist aus meiner Sicht die europäische Lösung. Dort haben wir vereinbart, erstmals nach vielen Jahren des Streits, dass es Quoten gibt, eine Solidarität in der Verteilung, dass wir aber auch an den Außengrenzen schon registrieren. Ich halte das für so immens wichtig. Frau Kattbeck hat gerade gesagt, die Menschen kommen unregistriert bei uns an. Das kann doch nicht sein. Sie sind 2015 unregistriert angekommen, Herr Kasim hat darauf hingewiesen, und sind das letztes Jahr wieder. Das kann doch nicht sein, dass wir dafür nicht eine dauerhafte Lösung haben. Und das ist die europäische Einigung. Die legt fest, dass wir diese Registrierung jetzt künftig an den Außengrenzen, EU-Außengrenzen machen. Sie hat festgelegt, dass diejenigen mit einer geringen Schutzquote kommen, die Verfahren an der Außengrenze stattfinden. Das unter humanitären Standards. Das entspannt ja schon mal sehr viel mehr. Und dadurch kommen auch weniger bei uns an. Jetzt kommen die nicht übermorgen weniger an. Deswegen auch die anderen Maßnahmen, der stationären Grenzkontrollen, das heutige Abschiebepaket. Das ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen, die wir brauchen. Und ja, wir prüfen auch die Drittstaatslösung, um zu gucken, finden wir da überhaupt Staaten, die das für uns machen würden. Und Herr Spahn ist ja eben auch ein Stück weitergegangen. Nicht nur die Prüfung der Asylverfahren, was viele der Migrationsforscher sagen, sondern auch die Frage, können die dann in dem Land sein? Aber so ein Land müssen sie ja auch erst mal finden. Wir gucken gerade mit großem Interesse, wenn ich das noch zu Ende führen darf, nach Italien, die das mit Albanien gerade versuchen. Und haben auch rechtliche Probleme. Aber wie gesagt, wir sind dabei, wir prüfen das. Ich möchte einen Satz dazu nur kurz sagen. Ich glaube, an einer Drittstaatenlösung führt kein Weg dran vorbei. Man braucht diese Unterstützung. Aber es ist ja auch nicht neu. Nein, es ist nicht. Aber man darf nur eines nicht vergessen. Wir machen uns dann natürlich wieder abhängig von einem Mann wie Erdogan. Und dann darf man nicht wiederkommen, wenn der dann irgendwelche Dinge fordert, dass man dann sagt, oh, das ist aber ein Diktator oder ein Autokrat. Ich sage nur, man muss sich dessen bewusst sein. Man muss real politisch daran gehen. Man muss da sehr real... Und wo ist die Sorge, wieder mehr zu versprechen politisch, als man einlösen kann? Wie groß ist Ihre Sorge, Herr Kasi? Naja, das Problem ist natürlich, man kann das versprechen, aber die schmutzige Arbeit macht dann der andere Staat, in dem Fall die Türkei. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, ich habe Flüchtlinge besucht in der Türkei, Syrer, Afghanen. Ich auch. Das ist bitter, wie die da leben. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Türkei macht das ganz wunderbar und nimmt sie nett auf. Ich glaube, das ist in jedem Flüchtling leider so. Ja, aber es ist in der Türkei besonders bitter. Plus, Herr Erdogan hat dann halt immer noch dieses Pfand in der Hand und kann sagen, ich fordere dies und dies und dies und will auch Geld haben und so weiter. Aber wenn man auf diese internationale Debatte wirklich mal ehrlich drauf schaut, dann ist es ja so, dass wir schon seit Jahren immer wieder diese gleichen Diskussionen führen. Also der Versuch, Drittstaatenlösungen zu bekommen, der Versuch, an der EU-Außengrenze alles zu regeln, in der EU dann am Ende die Menschen gerecht zu verteilen und diejenigen bezahlen zu lassen, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Und es hat bisher nicht funktioniert und es wird aus meiner Sicht auch weiter nicht funktionieren. Und das Problem jetzt auch mit den Beschlüssen, die auf europäischer Ebene gefasst worden sind, wenn man schaut, wann kommt die Europawahl im Juni, also ich habe meine allergrößten Zweifel, dass auch nur ein Bruchteil der Beschlüsse noch umgesetzt werden kann oder in Gesetze gegossen werden, weil dann kommt der europäische Wahlkampf und dann schließt sich das Zeitfenster, das zu tun. Und das Einzige, was bisher immer geholfen hat, war so etwas wie das EU-Türkei-Abkommen, weil es natürlich eine ganze Reihe von Menschen davon abgehalten hat, überhaupt die EU anzusteuern. Und dann aber vor allen Dingen das Signal gesetzt hat in die Heimatländer, Leute, bleibt zu Hause, weil ihr kommt hier nicht weiter, ihr kommt in die EU nicht rein. Das ist, wenn man ganz ehrlich ist, und das ist ziemlich bitter, ist das Einzige, was funktioniert hat. So, und dann sind hier Sekunde, Herr Spahn, Frau Inna, damit wir uns darüber im Klaren sind, wenn ich das noch sagen darf. Hier gibt es jetzt schon Handreichungen. Ganz kurze Nachfrage. Ist irgendetwas davon, bis zu den Europawahlen zu schaffen, was jetzt auf dem Plateau liegt? Wir reden über Europa, wir reden über das, wie man hier im Land verschärfen will, wie mit Asylbewerbern umgegangen wird. Und wir haben über dieses Bund-Länder-Abkommen gesprochen. Wird irgendetwas davon schon nicht nur Wahlkampfthema sein, sondern schon in der Mache sein? Also das Einzige, was ich im Moment sehe, was tatsächlich wirkt, sind die Grenzkontrollen. Also die sorgen dann auch dafür, dass weniger Menschen reinkommen. Was helfen würde, man müsste dann auch mal gucken, aus welchen Nationalitäten kommen denn die Menschen im Moment. Afghanistan, Syrien, Türkei hat sehr zugenommen, Irak. Und man könnte sicherlich mit der Türkei noch mal darüber sprechen, warum kommen so viele Menschen, die am Ende keine Anerkennung kriegen. Auch beim Irak gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass die Leute nicht diese Anerkennung, also die haben nicht diese Anerkennung, wie die Afghanen und die Syrer. Und natürlich muss man sich noch mal die Balkanroute genau anschauen, was da eigentlich passiert. Also das sind so die Dinge, die man tun kann. Die haben aber überhaupt nichts mit der jetzigen europäischen Gesetzgebung zu tun. Das wäre im Grunde genommen pragmatische Politik, dass man da rangeht und sehr konkret sagt, wo man dafür sorgen kann, dass der Zuzug geringer wird. Also das ist ja der entscheidende Punkt von den europäischen Maßnahmen. Wenn überhaupt, wird es eine ganze Zeit dauern. Und der entscheidende Teil ist eben nicht miteinander vereinbart worden. Wir müssen, das ist meine feste Überzeugung, es ist hart, es ist furchtbar, man will es eigentlich nicht, aber es wird notwendig sein, jeden an der EU-Grenze aufhalten und an der EU-Grenze sagen, hier geht es nicht weiter, bevor wir nicht eine Entscheidung getroffen haben. Und aus bestimmten Ländern, in bestimmten Situationen, geht es hier gar nicht weiter. Das heißt eben am Ende auch, Leute davon abzuhalten, reinzugehen. Und das ist der entscheidende Punkt, über den alle irgendwie ein bisschen drumherum reden, habe ich immer wieder den Eindruck. Weil man nur Leute registrieren kann, die sozusagen an einer Stelle überhaupt durchkommen. Sonst kommen sie irgendwo. Und das gelingt uns nicht. Nein, das gelingt jedenfalls nicht. Das haben wir ja vereinbart. Und das, was die Aufnahmezentren angeht, das gilt maximal für ein Drittel der Leute, die dort kommen. Es gilt auch nur für 30 Tage oder so, oder drei Wochen, was immer, es war aber drei Monate, aber dann geht es schon wieder. Wäre schon nicht schlecht, wenn Sie sich das gemerkt hätten. Ist ja bald EU-Kompromiss. Ja, ich weiß ja, ich kenne den Text nicht. Der Text ist seit Dezember Geheimsache. Das ist ja auch schon wieder bemerkenswert genug für Vertrauen. Sie haben ja auch Abgeordnete dort. Aber der entscheidende Teil ist dann, ja, die Öffentlichkeit sollte ja wissen, was vereinbart worden ist. Aber unabhängig davon, die Grenzkontrollen, Frau Felser, also ich finde ja gut, dass Sie sich die jetzt so zu eigen machen. Aber wir haben sie monatelang zu diesen Grenzkontrollen monatelang aufgefordert. Die haben Sie wirklich lange abgelehnt, Frau Felser, Entschuldigung. Die machen einen Unterschied. Deswegen, ja, sind die richtig, deswegen davon mehr. Es macht auch einen Unterschied, und das ist das andere Thema, das schwierig ist, natürlich die Frage, welche Sozialleistungen hat man in Deutschland ab dem Tag der Einreise. Guter Zeitpunkt. Und auch da weigert sich die Koalition ja, miteinander die Entscheidung zu treffen. Guter Zeitpunkt, um endlich Sarah Tacke bei uns zu begrüßen, die nicht mit am Tisch sitzt, sondern die ich herzlich in Mainz begrüße, die Rechtsexpertin des 2. Deutschen Fernsehens. Sarah Tacke hilft uns bei der Verantwortung der Frage Begrenzung und Kontrolle von Migration, von Zuwanderung. Ist jetzt so etwas wie politischer Konsens oder ist politischer Konsens? Hat Herr Kasim recht, wenn er sagt, dass es da ganz unangenehme Wellenbewegungen in den letzten 20 Jahren gab? Ja, das ist richtig. Aber die Begrenzung und die Kontrolle von Zuwanderung ist nicht rechts und schon gar nicht rechtsaußen, sondern im Gegenteil. Die Begrenzung und die Kontrolle von Zuwanderung ist Rechtsstaat, das ist Ordnungspolitik. Und da verläuft die Trennlinie nach rechtsaußen, wenn sie nach rechtsstaatlichen und nach demokratischen Mitteln erfolgt. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Diskussion, wie viele Menschen können zu uns kommen, aus sozialen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus kulturellen Gründen, dass wir diese Diskussion in der Mitte der Gesellschaft führen. Denn die Begrenzung von Zuwanderung, um Integration zu ermöglichen, ist nicht rechtsaußen. Die Begrenzung von Zuwanderung aus fremdenfeindlichen Motiven, aus rassistischen Motiven, aus Hass, aus Hetze, aus Angst, aus Ablehnung, das ist rechtsaußen, das ist sogar rechtswidrig und das ist auch verfassungswidrig. Wo beginnt Volksverhetzung, ist ja die entscheidende Frage. Es heißt Menschenrechte und nicht deutschen Rechte. Wo beginnt in Ihren Augen Volksverhetzung? Die beginnt genau dort, wenn man vom Recht des Blutes spricht, wenn man davon spricht, dass wir die Deutschen sind, die hier Geborenen. Auch das Wort Remigration spielt da mit rein. Das ist sprachlich immer ein schmaler Grad. Auch das ist immer Kontext, Einzelfall, um das genau beurteilen zu können. Aber wenn man von Umvolkung spricht, ja, das alles ist Volksverhetzung. Das ist gegen die Menschenwürde. Das ist gegen unsere Demokratie. So, und dann sind wir noch mal bei der Frage, die wir klären müssen, weil es auch aktuelle Gründe dafür gibt. Sie helfen uns bei der ersten Einordnung. Wie sinnvoll oder wie einfach, wie juristisch einfach wäre, eine Partei wie die AfD zu verbieten? Das wird diskutiert momentan? Ganz grundsätzlich ist es sehr, sehr schwierig, eine Partei zu verbieten, unabhängig von der AfD. Denn ein Parteiverbot, das hat das Bundesverfassungsgericht, und ich war damals in Karlsruhe bei der Verhandlung zum NPD-Verbotsverfahren und auch beim Urteil, ist ein extrem scharfes Schwert. Es ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Und man muss nachweisen, dass eine Partei als Gesamtheit, also wirklich auch die Führungsetage, nicht nur einzelne Personen, nicht nur einzelne Flügel, sondern die Partei als Gesamtheit aktiv die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft. Und aktueller Stand heute kann niemand seriös prognostizieren, ob die AfD in vier Jahren, weil so lange hat das NPD-Verbotsverfahren gedauert, in vier Jahren verboten werden würde. Das heißt, Vollausgang in diesem Fall völlig offen. So, und dann ist die nächste Frage. Hunderttausende unterschreiben gerade eine Petition, die die Wirkrechte von Björn Höcke, Grundrechte von ihm einschränken sollen nach Artikel 18 Grundgesetz. Wäre das juristisch einfacher? Ja, das ist juristisch einfacher. Aber auch da muss man sagen, es gab bislang viermal den Versuch, diesen Weg zu gehen. Es ist viermal gescheitert. Das heißt nicht, dass es nochmal scheitern wird. Es ist deutlich einfacher als ein Parteiverbotsverfahren. Und es hätte ja auch zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht anordnen könnte, dass ein Björn Höcke, sollte das Verfahren erfolgreich sein, nicht zur Wahl antreten darf oder aber sogar gewählt, wie kein öffentliches Amt bekleiden darf. Das heißt, es hätte krasse Konsequenzen. Und dieser Artikel steht im Grundgesetz als Instrument der wehrhaften Demokratie. Das heißt, es ist wirklich ein entscheidender Artikel, der größere Aussichten auf Erfolg hätte, zumindest einfacher ist als ein Parteiverbot. So, wir reden, und das war der letzte Gedanke von Frau Quadbeck, über die Chancen eben auch dieser Partei. Was sagt die politische Journalistin? Ist es an der Zeit, dass die Verfassungs-, ja, auch dass die Politiker natürlich ein solches Gebot nicht nur erwägen, sondern es anstrengen? Also ich finde, diese Erwägung, dass die Demokratie sich wehrhafter zeigen muss, als sie das bisher getan hat, das finde ich richtig. Und wenn man über den Artikel 18 gegen eine Person wie Herrn Höcke etwas ausrichten kann, dann sollte man das unbedingt versuchen. Ich teile absolut die Einschätzung von Frau Tacke, dass das nicht sehr zielführend wäre, wenn man jetzt versuchen würde, die AfD zu verbieten oder da ein Verbotsverfahren anzustreben. Wahrscheinlich wäre die Reaktion, dass die Solidarisierung mit der AfD, also um es politisch einzuschätzen, nur noch größer wäre. Und in diesem Wahljahr, in dem wir ja fürchten, dass die AfD in drei ostdeutschen Bundesländern die stärkste Partei werden könnte, wäre das eher kontraproduktiv, das anzustreben. Weil die Menschen sind ja noch da, wenn man die AfD verböte, mal unabhängig davon, dass das nicht sofort ginge, die Menschen werden ja noch da und die Unzufriedenheit wäre noch da. Genau, und die Wählerinnen und Wähler, die die AfD wählen, die wären auch noch da. Deshalb halte ich es, wie gesagt, politisch für nicht zielführend. Dennoch glaube ich, dass sich die Demokratie wehrhafter zeigen muss. Artikel 18 halte ich da für ein gutes Instrument. Das ist ja auch nicht ohne Grund ins Grundgesetz gewandert. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Also wenn man sieht, wie sich Rechtsradikale organisieren über soziale Netzwerke. Das BKA hat schon Personal aufgestockt, um mehr Streife zu gehen im Internet. Aus meiner Sicht reicht das überhaupt noch nicht aus. Ich glaube, dass die Demokratie da noch nicht wehrhaft ist. Die Medien haben recht strenge Gesetze, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und wer wie senden darf. Aber Social Media, da kann jeder sein eigener Publisher, sein eigener Veröffentlicher sein und das in die Welt setzen, was er gerade mal für richtig hält. Und da, glaube ich, muss es mehr Kontrolle geben. Und da müssen Leute, die verfassungswidrig agieren, und auch wirklich, für die muss das ungemütlich sein. Die müssen erwischt werden, die müssen bestraft werden. Die brauchen auch Razzien zu Hause. Und das sehe ich überhaupt noch nicht in ausreichendem Umfang. Und geschehen. Frau Feser, Sie sagen, Sie schließen ein Verbot der AfD nicht aus. Da würde ich gerne wissen, was heißt denn das? Vielleicht muss man die sogar verbieten oder muss es wenigstens anstrengen? Also nein, ich bin der gleichen Meinung wie Frau Quattbeck. Ich glaube, in der politischen Auseinandersetzung ist ein Verbot einer Partei, weil sie einem gerade nicht passt oder weil sie hoch in den Umfragen sind und man nicht möchte, dass sie in die Regierung kommen, weil sie sehr ausgrenzende Rhetorik haben, weil sie möglicherweise verfassungswidrig sind. Das wissen wir aber nicht. Das prüfen dann ja am Ende Gerichte. Das entscheidet nicht die Politik. Und das ist ja auch richtig so aufgesetzt im Grundgesetz, dass das andere entscheiden außerhalb der Politik. Ich habe es deshalb gesagt, dass ich es nicht ausschließe, weil selbstverständlich Sicherheitsbehörden natürlich immer wieder überprüfen, wer handelt wie im öffentlichen Rahmen. Es wird immer wieder danach geguckt. Wird die Verfassung hier mit Füßen getreten. Wir haben ja die Einstufung bei der AfD schon als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Das heißt, wir handeln dort als Behörden bereits und gucken uns das genau an. Sie beobachten, aber Sie können zum Beispiel V-Leute nicht in die Partei schicken. Und deswegen kann ich zum Beispiel... Weil nur beobachtet wird. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, kann ich es nicht ausschließen. Und das kann in ein paar Jahren natürlich ein Mittel sein, was man am Ende anwenden muss. Aber in der politischen Auseinandersetzung, und ich bin ja auch politisch, finde ich es nicht den richtigen Weg, weil da geht es darum, Vertrauen in den Menschen zurückzugewinnen. Und bei der Bekämpfung der Rechtsextremisten, das, was wir jetzt in Potsdam gesehen haben, da gibt es in der Tat viele Möglichkeiten. Ich habe im letzten Jahr zwei rechtsextremistische Vereine verboten, unter anderem die Hammerskins. Wir sind an die Finanzierung der rechtsradikalen Strukturen gegangen. Wir haben gemeinsam mit dem Finanzministerium und das Bundesamt für Verfassungsschutz ist da viel stärker unterwegs, sich diese Finanzströme jetzt auch vorzunehmen, zu sagen, wir kappen die, wenn wir merken, dass das aus rechtswidrigen Quellen kommt. Und solche Dinge zu tun und da sehr, sehr stark unterwegs zu sein, ist den Rechtsextremen so ungemütlich wie möglich zu machen und die Verfassung zu schützen. Das halte ich für extrem wichtig, vor allen Dingen, um die Menschen zu schützen in unserem Land, die durch solche wirklich widerlichen Ausgrenzungsfantasien, durch diese widerlichen Gedanken der Deportation, die da in Potsdam geäußert wurden, dass sie nicht zu unserem Land dazugehören, rechtsstaatlichenseits auch wirklich was entgegenzusetzen und zu sagen, das ist nicht harmlos. Das ist alles andere als harmlos. Das gefährdet unsere Demokratie. Deswegen müssen wir stark vorgehen. Muss man die AfD verbieten, weil das der Sinn auch unserer Verfassung wäre, zu prüfen? Und wenn man feststellt, dass diese Partei rechtsextremistisch ist, müsste sie dann verboten werden? Zuerst einmal muss man einfach eine bessere Politik machen. Die Frage ist ja, ich komme immer wieder zu der Warum-Frage zurück. Warum haben so viele Menschen Vertrauen verloren und sind bereit, obwohl wir ja wissen, deswegen stimme ich Herrn Kasim zu, das, was widerliches wir aus Potsdam gehört haben, überrascht eigentlich nicht, weil wir wissen ja, wie die sind und denken, die Frau Denker. Sie glauben, man kriegt die Zahlen ja schon mal halbieren. Naja, man kann nur halt den Feuerlöscher, wir sind ja immer über die Brandmauer geredet, den Feuerlöscher, Frau Felser, haben Sie. Also man muss ja eine andere Politik machen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und diese Ampel tut seit Monaten ja das Gegenteil. Also wenn die einfach so weitermachen, wir hatten heute auch die Debatte ja zur Landwirtschaftspolitik, die Bauernproteste, zur Minute fahren die Spediteure, die Speditionen in die Stadt hier rein, lautstark nach Berlin, auch wegen der Mauterhöhung, weil sie eben das Gefühl haben, das selbstverschuldete Haushaltsloch wird gerade zu unseren Lasten, wir müssen mehr zahlen, dann wieder zugemacht. Also die Politik der Ampel führt zu massiven Frust, Wut, Verunsicherung. Das beste Mittel, um die AfD kleiner zu kriegen, ist eine andere, eine bessere Politik und vor allem auch eine Regierung, die dann gemeinsam, das wäre ja auch schon mal am Anfang, gemeinsam da steht und die Dinge durchtreibt. Man kann Unmut nicht verbieten. Also er wird ja nicht durch Verbot, wird ja nicht die Zahl der Unzufriedenen kleiner, die wird nur kleiner durch eine andere Politik. Aber es gibt ja auch kein ausgesponnenes Recht darauf, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Also für den Fall, dass der Nachweis gelänge, dass die AfD eben in Gänze eine rechtsextreme Partei ist, dann würden Sie sie verbieten oder würden Sie sagen, auch da müssen wir, man muss ja eigentlich immer eine gute Politik machen, aber auch da müssten wir dann eigentlich eine überzeugende Politik machen. Also erster Teil... Und muss man Politik immer so machen, dass die CDU, CSU und die AfD zustimmen, wäre die nächste Frage. Nein, muss man ausdrücklich nicht, aber man sollte eine Politik machen, die eine Mehrheit, zumindest mal auf Dauer, eine getragene Mehrheit in der Bevölkerung hatte. Und die Politik der Ampel ist in ganz vielen Facetten, das ist ja nicht nur Migration, nicht mehrheitsfest, nicht Mehrheit getragen, da wird gegen die Mehrheit regiert. Und das macht sich bemerkbar. Aber zum Verbot, nur zum Verbot, will ich noch eins dazu sagen. Ich glaube, umso länger wir darüber reden, desto mehr entsteht halt ein Eindruck. Die wollen ihre Politik nicht verändern, die wollen sich auch gar nicht mehr bemühen, sondern die wollen am Ende das, was unliebsam ist, verbieten. Ich weiß ja schon, ich ahne schon, wie die Wahlplakate in Sachsen sind, dann steht da drauf, die letzten freien Wahlen oder sowas. Das wird diesen Eindruck noch befördern, man würde hier versuchen, den Debatten auszuweichen. Und deswegen würde ich ein Verbot natürlich nie ausschließen. Weil es ist ja immer die Frage, wie die AfD sich weiterentwickelt, was da passiert. Aber jetzt eine wochen- und monatelange Debatte über diese Frage, die nützt am Ende nur einem Laden, und das ist die AfD. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man in dieser Debatte unterscheidet, auf der einen Seite zwischen dem Unmut der Leute, den Leuten, die Vertrauen verloren haben in die Politik, und unter anderem deshalb zur AfD gehen, und dann auf der anderen Seite eben diesen rechtsradikalen, antidemokratischen Kern, den es bei dieser Partei gibt. Und was sich dann eben auch zeigt, beispielsweise in Potsdam, in diesem Landhaus, wo dann diese Fantasien über Deportationen zu Wort gebracht wurden. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das unterscheidet in der Debatte. Und dass man das nicht in einen Topf wirft. Und dass die Demokratie sich natürlich wehrt gegen diejenigen, die sie tatsächlich aushöhlen wollen, die sie umstürzen wollen. Und diese Kräfte gibt es bei der AfD. Einige Landesverbände sind als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden vom Verfassungsschutz. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch dieses Sammelbecken, heimatlose Konservative, Rechtspopulisten, die sich der AfD zuwenden, enttäuschte andere Bürgerinnen und Bürger, die auch andere Parteien gewählt haben. Es sind ja auch Wähler, die von SPD und Grünen zur AfD gehen, darf man auch nicht vergessen. Und genau da, finde ich, muss man differenzieren an der Stelle. Und dann kommt man auch nicht in den Verdacht, dass man da einfach eine Partei oder eine Politik oder etwas verbieten möchte, was die Leute nicht wollen. Sondern da muss man ganz klar unterscheiden. Und da muss man auch, Herr Spahn, noch mal ganz kurz nach der Werte Union, den Menschen aus Nordrhein-Westfalen fragen. Peter Kurt, interessanterweise, ehemaliger Finanzsenator hier in Berlin, hat eben dieses Haus zur Verfügung gestellt. Also wie sehr hat sich dieses Virus da auch in Teile in Ihre Partei hineingefressen? Eben auch das der Menschenfeindlichkeit. Und was müssten Sie dagegen tun? Weiter von Asyltourismus reden und von Anti-Abschiebe-Industrie? Nein, naja, das sind das Worte, die schon Jahre her sind in den Diskussionen. Philipp Amthor, heute. Aber unabhängig. Anti-Abschiebe-Industrie. Na ja, was ist damit gemeint? Jetzt kommen wir zurück zur Migrationsdebatte. Ich stelle meine Frage. Und hier ist die Frage, ist dieses Virus... Wir haben ziemlich viele Verbände und Anwälte, die rund um das Thema Rückführung ziemlich viel Geld verdienen und auch machen. Aber es ist eine andere Debatte, die können wir auch führen. Die Frage, den Diskursraum, das ist die Kunst. Das ist eine schwierige Balance übrigens. Und die muss man auch wirklich aufmerksam, auf vorsichtig machen gelegentlich. Achtsam. Achtsam ist ein gutes Wort. Den Diskursraum offen und breit halten. Also ich finde es schon wichtig, dass wir Dinge aussprechen. Und was halt in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass zu viel ganz schnell, und da nutzt sich der Begriff übrigens auch ziemlich schnell ab, irgendwie als rechtsrechtextrem, rechtsradikal Nazi gebraucht worden ist. Übrigens sagen die Leute irgendwann, wenn ihr immer sagt, ich bin rechts, dann bin ich es irgendwann einfach auch. Also dann kommt auch, das sehen wir ja an verschiedenen Stellen, so eine Haltung daraus, dass den Begriff gar keinen Wert mehr hat. Die Debatten in der notwendigen Breite führen, übrigens auch strittig führen, ist auch auszuhalten. Frau Ferser und ich können ganz unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem vernünftig miteinander umgehen. Das ist das auszuhalten miteinander und gleichzeitig sich klar abzugrenzen gegen extreme, radikale und auch eine Wortwahl, die widerlich ist, die nicht in Ordnung ist. So, jetzt hat Frau Esken, mir fällt... Das ist auch das, weil das war Ihre Ausgangsfrage, was wir in der Partei natürlich machen. Wenn wir die Erkenntnis haben sollten, aber ich möchte natürlich jetzt, ich muss erst mal alles aufarbeiten. Belege haben. Belege haben sollten, dass sich CDU-Mitglieder daran beteiligen, dann wären wir natürlich die notwendigen Maßnahmen. Und notwendige Maßnahmen heißt auch, dass Sie sich von denen trennen würden, von diesen Mitgliedern der CDU? Es liegt immer dran, was sozusagen vorgefallen ist. Es gibt auch da rechtsstaatliche Grundsätze, auch für Parteiausschussverfahren. Aber wenn die eben das, was sie getan, gesagt haben, das rechtfertigen würden, würden wir natürlich entsprechende Verfahren einleiten. Wenn nicht, dann aber auch... Also auch das sind rechtsstaatliche Verfahren. Aber ich bin erst mal immer für Sachverhaltsaufklärung, bevor alle schon immer im Reflex alles... Wir sind genau bei dieser Frage. Frau Feser ist gleich dran, Herr Kasim. Weil es natürlich auch die These gibt, dass man, dass die Rechten jetzt einen solchen Erfolg haben, weil andere Parteien, andere Politiker diese Parolen von rechts tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig gemacht haben. Schließen Sie sich diesem Gedanken an und sagen Sie, da ist ein ganzes Land nach rechts gerückt? Oder sagen Sie, es gibt mittlerweile auch genug Grüne und genug Sozialdemokraten, die sagen, auch unsere Vorstellung von Multikulti, nämlich sich dann gar nicht mehr um diese Menschen kümmern zu müssen, waren einfach falsch. Wie gucken Sie auf diese... Also mein Eindruck ist nicht... Also ich höre das ja oft, dass alle Parteien jetzt hinterher rennen, dass die AfD den Ton vorgibt. Leider... Ja, das stimmt manchmal. Also wenn ich sehe, bei dem sehr geschätzten Magazin Spiegel, wo ich ja viele Jahre gearbeitet habe, dass Olaf Scholz ein Interview gibt, ein Titelinterview, und da steht, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben. Ja, ich meine, hätten wir mal schon in den Jahren davor vernünftig abgeschoben und vernünftige Politik gemacht und auch vernünftige Migrationspolitik gehabt, dann wäre das nicht nötig, jetzt so zu reden. Also diesen Eindruck könnte man haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, merken viele Parteien, das ist ein Thema und wir müssen darüber reden und wir müssen da... Wir haben lange genug nicht... Wir haben lange genug... Genau. Schlaue Lösungen angeboten. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über das Verbotsverfahren gesprochen. Ich möchte eben noch mal auch betonen, erstens mal, wir wussten schon, wie die reden, also nicht erst seit Potsdam. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Man muss nur nachlesen, was Herr Höcke in seinem Buch geschrieben hat. Auch Herr Gauland. Herr Gauland auch. Und ich könnte stundenlang referieren und zitieren, was AfD-Politikerinnen und Politiker sagen. Deutschland sei befallen von Schmarotzern und Parasiten, die den Deutschen das Fleisch vom Knochen fressen. Das ist eine Wortwahl und ein Zitat, das aus der AfD kommt. Das ist natürlich rechtsextrem und das würde ich am liebsten verbieten. Aber Frau Tacker hat das gesagt, das muss natürlich die gesamte Partei sein. Das muss die Partei in der Gesamtheit sein. Und da stimme ich Herrn Spahn zu. Ich glaube, weder die Wähler und ich glaube sogar auch die Politikerinnen und Politiker der AfD sind in der Gesamtheit nicht alle so, also nicht so extrem, dass man es verbieten könnte. Und ich glaube, dann ist der Schaden am Ende größer, wenn man es versucht, sie zu verbieten und es scheitert. Wenn Frau Feser Saskia Esken sagt, Ihre Parteichefin, dass die CDU und Herr Merz im Besonderen brandgefährlich sein, das sind dann der Herr Merz und der Herr Spahn, mit dem Sie den Deutschlandpakt machen wollen und mit dem Sie für alles mögliche Lösungen finden wollen, ist das klug, dass man sich untereinander auch so bespricht? Also ich glaube, manchmal, wir haben es ja, Herr Spahn hat es gerade gesagt, manchmal schießt man in der Diskussion über das Ziel hinaus. Ich glaube, das halten wir miteinander aus. Ich glaube, aber was wichtig ist in so Debatten, ist tatsächlich Achtsamkeit. Sie haben es vorhin gesagt, ich glaube, dass wir an unserer Sprache arbeiten müssen. Ich habe heute im Bundestag schon wieder Sprache gehört, die fand ich nicht in Ordnung. Ich habe zum Beispiel auch Herrn Amthor gesagt, dass es nicht in Ordnung ist. Es sind 330.000 Erstasylanträge im ganzen letzten Jahr gestellt worden und er redet aber in dieser Gesamtheit der Zahl von irregulärer Migration. Das ist schlicht falsch. Und solche falschen Begriffe, falschen Zahlen so umzudeuten, das hilft uns in der Debatte nicht. Aber brandgefährlich ist schon ein ordentliches Wort. Ja, aber... Also ein außerordentliches Wort, wenn man die Kollegen vielleicht eigentlich braucht. Also ich glaube, es ist wichtig, generell in der Debatte so miteinander zu diskutieren, dass man immer noch miteinander am Ende auch arbeiten kann. Ich habe gerade eine Koalition mit der CDU in Hessen gegründet und glaube auch, dass die sehr erfolgreich sein wird. Also man muss ja immer in der Lage sein, auch unterschiedliche Konstellationen aufzusetzen. Und ich möchte aber noch mal eins, wenn Sie erlauben, sagen zu dem, was Herr Spahn über die Ampel gesagt hat. Die Ampel ist besser als Ihr Ruf und ich will wirklich noch mal dafür werben. Also die Leute sind schuld. Ja, nein, nein, das sage ich überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Ich würde nie die Wählerinnen und Wähler beschimpfen und ich würde sie auch nie dafür kritisieren, dass sie uns im Moment das Vertrauen nicht schenken. Um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, auch über die Dinge mal zu sprechen, die gelungen sind und in welcher Lage wir überhaupt regieren. Das mache ich ja jetzt. Nämlich zu sagen, wir regieren in Krisenzeiten, wo Krieg mitten in Europa ist, wo wir den furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel seit dem letzten Oktober haben, was destabilisiert, auch bei uns. Haben wir häufig genug besprochen? Genau. Und aber ich möchte noch mal sagen, was uns auch in dieser Zeit gelungen ist. Wir haben in kürzesten Monaten die Energieversorgung komplett umgestellt. Frau Fieser, ich glaube, es ist jetzt eher nicht schlau, wenn Sie das alles noch mal aufnehmen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Doch, es geht schon um Dinge, die uns auch in dieser Konstellation gelungen sind. dass wir eine Regierung haben, die Tag und Nacht streitet. Wir kümmern uns um die Migration. Eine Regierung, die Tag und Nacht streitet. Einen Bundeskanzler, von dem ich seit... In diesem Jahr habe ich ihn persönlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon im Bundestag war. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht lassen Sie mich noch mal ausreden, Herr Spahn. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, bevor Sie jetzt sagen, wir haben doch alles super gemacht. Nein, das sage ich ja gar nicht. Es ist ziemlich viel Frust im Land und ich habe so den Eindruck, Sie leben irgendwie in Ihrer eigenen Wirklichkeit hier und die anderen sind irgendwie... Nein, und das müssen Sie mir auch nicht unterstellen, weil ich eigentlich gerade sehr selbstkritisch was sagen wollte, wo Sie mir ins Wort gefallen sind. Natürlich dürfen wir nicht öffentlich streiten. Da bin ich ganz der Meinung, dass man das anders regeln muss. Ich habe große Gesetzgebungsvorhaben im letzten Jahr und diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, heute das Rückführungsgesetz, wenn ich das sagen darf, Frau Ilner, und wir haben darüber nicht öffentlich gestritten, obwohl wir, und das wissen alle, dass das heutige Rückführungsgesetz für manche Partner in der Koalition auch schwierig war, wir haben das hinter verschlossenen Türen gemacht. Die Grünen, und ich glaube, die sind immer noch sehr untergebracht. Wir fragen ganz kurz... Aber was haben Sie denn den Grünen dafür gegeben, dass Sie mitmachen? Kann ich Ihnen sagen? Nein, doch, kann ich Ihnen wohl sagen. Wir sind noch mal bei den fröhlichen Außenpositionen und sagen, ist es nur der Streit in der Ampel? Und glauben Sie, Frau Quattbeck, dass es die Opposition braucht, um tatsächlich dieses große Problem Migration dann auch rechtzügig zu lösen? Also es ist nicht nur der Streit in der Ampel. Der Streit hat aber mit sehr stark dafür gesorgt, dass Vertrauen gesunken ist. Es sind natürlich auch sehr viele handwerkliche Fehler sind gemacht worden. Und eben bei den Problemen kommt man nicht schnell genug voran. Man könnte jetzt zum Beispiel noch die 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden sollten, jedes Jahr anführen, während die Leute eben keinen bezahlbaren Wohnungsraum finden. Also das ist nun tatsächlich ein Problem. Und in so einer... Braucht die Regierung die Opposition? Ich glaube, ja. Also bei der Lösung der großen Probleme. Man ist ja auch in ein paar Punkten zusammengekommen. Und was die Debattenkultur angeht, da kann man eigentlich nur den Ratschlag geben, jeder möge sich an seine Nase fassen und prüfen, ob das der Stil ist, der dann auch die Debattenkultur prägen soll. Und vielleicht noch den Ratschlag von Michelle Obama. Ja, when they go low, we go high. Und wenn man sich eben anschaut, wie die AfD kommuniziert, dann kann man die Demokraten wirklich nur auffordern, das in einer anderen Tonalität zu tun und sich das nicht abzuhören. So, jetzt kann man sich natürlich nicht ständig umarmen. In fünf Monaten ist eine entscheidende Wahl. Und da steht, genau wie Sie zu Beginn gesagt haben, zu befürchten, dass es die Mehrheit gibt für ausgerechnet die AfD, wenigstens in Thüringen und in Sachsen. Und in Brandenburg sieht es aktuell auch nicht gut aus. Das hieße, Herr Spahn, die CDU steht vor der entscheidenden Frage, ob sie in Thüringen beispielsweise mit der Partei von Herrn Ramelow zusammengeht. Na ja, erst mal Frau... Also Sie wünschen sich, dass der in eine andere Partei geht, das verstehe ich. Wer jetzt? Herr Ramelow. Wie auch immer. Sie müssen und denken Sie darüber nach, mit anderen Parteien, die Sie vorher in dem berühmten Ablehnungsunverträglichkeitsbeschluss abgelehnt haben, zu umarmen. Der entscheidende Schlüssel, und das ist nach meiner Wahrnehmung auch der Debatte heute im Bundestag immer noch nicht verstanden, der entscheidende Schlüssel dafür, dass regierungsfähige Koalitionen vor allem auch in Thüringen und Sachsen entstehen, ist die Politik der Ampel. Und ich meine... Herr Spahn, ich bitte... Also jetzt mal einmal... Jetzt lassen Sie mich bitte den Gedanken... Ich will jetzt nur an einem Beispiel von Frau Felser... Aber Sie machen es sich wirklich zu einfach. Ich will es an einem Beispiel einfach nur nochmal deutlich machen. In einer Zeit, in einer Zeit... Nein, Sie machen einfach unbeirrt Ihre Politik weiter. In einer Zeit, in der dieses Land... In einer Zeit, in der dieses Land so polarisiert ist, machen Sie ein neues Staatsbürgerschaftsrecht, das dazu führt, dass wir mehr Doppelstaatler haben, vor allem mit türkischem Pass noch dazu, wo das Erdogan-Thema, wer hat welche Loyalität, noch größer wird. Herr Spahn, das geht jetzt wirklich nicht. Ich sage meine Frage nochmal. Also Sie sind unzufrieden mit dieser Politik und weil Sie unzufrieden sind, beantworten Sie jetzt nicht, warum Sie in Thüringen nicht mit den Linken gehen. Entschuldigung. Hier ist meine Frage. Die Frage, die hängt damit zusammen, die Frage, ob wir in Thüringen eine Situation haben, wo das Land unregierbar wird, weil Linkspartei und AfD so stark sind, dass keine Koalition gebildet wird, liegt in der Hand und in der Politik der Ampel. Sie haben nochmal gesagt, das würde ich ganz flussieren. Entweder versteht diese Ampel, dass bei Migration Staatsbürgerschaftsrecht, wo Sie ja heute indirekt noch die Scharier zur Geltung gebracht haben. Sie nehmen ja alles gerade... Herr Spahn, das stimmt doch gar nicht. Es gibt Protokollerklärungen, es gibt Protokollerklärungen der Grünen, die sagen, wer aus religiösen Gründen einer Frau nicht die Hand gibt, wird trotzdem eingebürgert. Das haben Sie heute beschlossen. Herr Spahn, das haben wir nicht beschlossen. Wenn Sie sich wundern, dann wundern Sie sich, dass die Leute durchdrehen. In vier Monaten haben Sie... Sie unterstellen Dinge, die nicht stimmen. Der Schlüssel für regierungsfähige Mehrheiten in Thüringen und Satz. Der Schlüssel liegt in der Politik der Ampel. Das ist absolut nahmendlich auch so einfach. Aber Sie haben jetzt immer noch nicht gesagt, wenn die SPD da bleibt, wo sie jetzt ist, stehen Sie vor exakt dieser Frage. Wenn Sie es nochmal probieren, oder wollen Sie es noch nicht sagen, oder überlegen Sie immer noch CDU-intern. Nein, nein, wir kämpfen dafür, dass wir so stark werden, dass wir mit Partnern in der demokratischen Mitte eine Regierung bilden können. Dafür treten wir an. Deutschland-Koalition sieht schlecht aus da. Also nochmal die Frage nach der Linken. Ja, nein? Nein, Frau Illner, wir haben acht Monate vor der Wahl. Wir treten jetzt an, um eine Mehrheit zu kriegen. Übrigens, die Union, die CDU ist die einzige Partei, übrigens auch bei der Hessenwahl, die wächst, obwohl auch die AfD wächst. Sie sind ja maximal noch ein Bollwerk gegen Feldhamster in Sachsen mit drei Prozent. Und deswegen ist der entscheidende Schlüssel, Frau Illner, ich verstehe, dass Sie die Frage uns stellen wollen, aber eine SPD, die drei Prozent in Sachsen in den Umfragen hat oder sieben in einer anderen, die muss sich doch die Frage stellen, was da eigentlich los ist. Offensichtlich tun die das. Wir tun das, ja. Es wird nur vielleicht nicht so schnell gehen. Wir verlieren nur nicht an die AfD. Wir sind in Hessen stärker geworden und die AfD ist stärker geworden. Alle anderen haben verloren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die anderen sich mal die Frage stellen, warum. Und dann vielleicht daraus Schlussfolgerung ziehen. Und dann ist trotzdem die Frage, dann begrüße ich Sie das nächste Mal exakt mit der Frage, glaube ich, ob Sie darüber schon nachgedacht haben, weil wenn sich an dem Ergebnis jetzt nichts verändert, müssen Sie eine Entscheidung fällen. Und dann ist die Frage, gehen Sie mit Herrn Ramelow zusammen? Oder jemandem von der Linkspartei? Wir wollen eine... Sie wollen stark werden. Wir wollen so stark werden, dass wir regieren können. Unbedingt, Sarah Tacke. Wir wollen so stark werden, dass wir regieren können. Dafür treten wir an.